hallo und willkommen zu einer runde breakfast wir machen weiter in der karriere wir wollen ja alles fertig haben und wir machen jetzt direkt das hier weil das am längsten dauert wenn wir das rennen ist in den top 3 ich weiß nicht noch einen anderen ok dann der wir werden in den top 3 sonst nur gewinnen das kriege ich dann ok Moment mal kurz. Okay, doch alles gut. Okay, das Render war in den Top 3 zu gewinnen. Das wird hoffentlich easy. Alter. Ja. Den hat sie mal richtig reingedrückt. Also mal so richtig, richtig. Alles klar, der nimmt die Dinger mit, genau wie ich. Kannst welche auch für mich zu überholen. Das wäre mal ganz schön. Ich habe damit selbst drauf gedreht. Ist der da voll so schnell? Oh, jetzt liegt man. Oh, da war ein bisschen zu viel gebremst. Da hängt gerade mein Ton wieder. Jawohl. So, so geschützt ist es nicht. Okay. Auf den nächsten Rennen. Okay. Dinger mit mindestens 50 Meter Vorsprung. Okay. Okay. und den hier was. Okay. booty. Okay. Okay. Ich habe einen Walsher ganz zu verändern. Huh? Nein! Okay, 50 Meter Abstand. Jetzt beginnt in erster Linie immer das Chaos. Oh. Oder auch nicht. Andi, wir haben ja jetzt einen Langsamen. Wohin, ich muss damit vorgesprungen werden. Dann ist das gut, dass wir sie machen. Aus. Oh ja, ein bisschen angerufen. Und schnippt. Wem senden. Keine Ahnung, wie für 50 Meter. Ich denke mal eine Sekunde oder so. Seit ihr im Hintergrund irgendwas hört, das ist mein Hund. Und wir nehmen nämlich gerade ins Zimmer rein. Kann aber gerade nicht. Oh. Ja. Zum Glück war er kein Posten. Hast du gar abgebremst, die Posten kommst du da geben. Boah, die Bremsen blockieren nicht gut. Was war das für 50 Meter? War das für 50 Meter? Oh ja, das ist mein Hund. 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 in führung okay da kriegen wir auch ok eine runde in führung ist heute über runden ja wir sind aber auch nicht so ich probiere ok der hat ja immer komisch gesetzt seine schuld nicht meine aber schön dass er sich jetzt bereit zum installieren keine ahnung wo lang auf jeden Fall gut so und heute gehen wir auch ah nicht über runden eine runde ah ok jetzt hab ich das erst gecheckt ok mein Fehler sollte er einfach nur eine runde lang erster sein warum steht das doch nicht da so das war eine runde lang erster ok vorlenken wo da war ein reifen und geschafft nice wieder Westwunde und das letzte fahre die beste runde ok dann werde ich schnell sein ok ich hatte heute auch eigentlich vor das erste hier das also den pokal für die meisterschaft oder was das hier ist haben wir hingekickt ich meine das ist eine meisterschaft den haben wir jetzt ja schon aber ich versuche hier alles auch auf 100 prozent zu machen also machen wir heute noch den Rest da auch noch und dann einfach gucken wie lange die Folge wird ja ja rechts und links nur Leute gegen die Wand oder nur rechts in Romani für schneller wow oh gott wenn du vielleicht auch schon so nah mehr dran zu sein das war ganz schön es ist ja das ist du hast das ist du hast du hast keine So, einer ist noch relativ nah. Der Rest ist weg. Ganz einfach gesagt, weg. Ende. Geschafft. Ich wurde auf jeden Fall erster. Jawohl. 39. Also müssen wir jetzt auch alle vier Sterne haben. Ja, so ist es auch. Alle Punkte, vier Sterne, M-Position, erster. So will ich das noch sehen. So. Dann machen wir jetzt das. Ein Vengar Race. Demolierungs-Arena. Hä, ich werde da versuchen, wenn es das 5 und entscheiden. Zerstören mindestens ein Gegner. Ja, okay. Das wird jetzt witzig. Das wird jetzt witzig. Vögel von der Tarn und Einzerstören. Und dann auch noch mit so einer... Mit so einer kleinen Karre. Okay. Ich lasse erst mal vorfahren. Und komplett verfehlt. Super. Woh. Woh. Nein. Wow. Ich meine, ich schüttel. Woh. Oh, jetzt haben wir... Bim. Woh. 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 Okay, jetzt muss ich auch was. Ja. Nee, nee, nee. Du bist mir. Komm her. Nein. Nein. Okay. 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 Kannst du Leute machen? Schaden, manchen nicht. Okay. Ähm. Okay. Ja, gut. Okay. Okay, das darf ich noch mal machen. Ja, es war's mit Standing. So gut. Dann fahr ich jetzt aber besser auf. Halt einfach mit drauf, ist mir jetzt egal. So, erstmal ein bisschen kaputt machen und dann warten, bis einer fast kaputt ist. Der stand auch schön. Okay, jetzt kommt's mal eine Schadenarbeit. Das sind wir. Meinen ja wir. Wow, wow. Nein! Der kam so schön angeholt. Das müsste sein. Der hat ja fast noch gar nichts. Der war grad eben fast tot. Genau, klopft das mal selbst. Okay. Ouch. Wo lang fährt der? Oh, der hängt da noch. Boah! Oho! Warum macht mancher keinen Schaden? Das gibt ja gar keinen Sinn. Nein, 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 nein! Das kann jetzt nicht wahr sein! Okay, nein, nein, nein! Ich bin so schön. Wir sind hier, wir sind hier... Ich bin hier, wir sind hier. Wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier. Warum habe ich schon wieder Kechan gemacht? Ich sollte vielleicht einfach mit Vorzweed drauf fahren. So. Okay, genug zurückgesetzt. Wow, das hat gerade Schaden gemacht. Ich bin gleich noch fast komplett am Leben. Ja. Die Kloppen sich da. Der Maske hat selbst kaputt. Der ist schon kaputt. Ich war schon wieder kaputt. Da kann nicht wahr sein. Nein. Okay, weiter. Ja, soviel zu der Klärze. Das ist nochmal machen. Das kann nicht wahr sein. Nein, nochmal. Nein. Das ist es. Ja. So, jetzt einfach nur noch gewinnen. Ich muss sogar nichts mehr machen. Das ist das Gute. Ich halte mich jetzt einfach raus und sobald ich die Kontaktdauer sehe, mache ich kurz da einen kleinen Stupse gegen die Mauer. Ich glaube hier auf dem Bild. Und dann fahre ich wieder weg. Ja. Ich muss mich dann einfach kaputt machen. Boah. Schön zieht gerade den Hintergrund. Nein, nein. Boah. Okay, dann du. Jetzt mal beim Start alle aufЭrsch gehen. das ist ja gerade so schön da, da muss er sein ey lass mich mal in meine Runden fahren war ein bisschen oval ja da muss ich verwöhnen nein 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 spoiler bleibt dran er muss jetzt die torte noch machen oder so? ich hab keine ahnung au schack sie einfach nur durch glaub ich einen sehe, der kaum noch Leben hat wir haben aber auch noch einen genug Leben wir haben wir haben was wir haben ist das ist wenn wir haben wir uns auf Boah! Boah! Au! Ja! Perfekt! Er hat ja fast noch alle liegen. Oh, bin ein bisschen eingedrückt. Der da auch! Aber seid ihr eine noch so gesund? Okay, sicher. So, der ist auch nicht mehr. Uh! NEIN! Hat jetzt genug zu wissen? Hat der jetzt schon angekriegt oder ich? Ich habe auf jeden Fall was gekriegt. Aber ich wollte nicht auf jeden Fall was gekriegt haben. Geht weg! Oh, meine Bonne sind fiel. Ich habe das nicht mehr. Woah! Woah! Ich muss mich halt auf das ist ein Oh Es kommt auch Nein, ich werde das Ich werde das Ich werde das Nein! Boah! Den habe ich gesehen! Wie viel Kontakt dauert es da? Ich glaube, das wird noch ein Neustart. Das kann nicht wahr sein. Da muss ich cuten. Oh, kennt ihr das? Nein. Okay. Oh! Nein! Was ist denn das? Oh, da versteckt euch einfach die Karre. Ist auch egal. Aber da muss ich fast alle erst mal cuten. Oh nein. Oh Gott! Ja! Das gibt's sicher. Auf in den scheiß Weg zu fahren. Lass ich jetzt einfach meinen Weg fahren. Mein Weg. Wow. Nee, nee. Nee, nee. Lass den Spoiler dran. Spoiler ist das Wichtigste. Oh Gott! Ja, okay. Ich denke, ich bin da voll in mich reingefahren. Boah! Das ist aber auch nicht warum der andere Wagen da angezeigt wurde, aber wenn ich mitfahren darf. Und das ist ein paar Schenken. Ich werde ich mit meinem Schaden genannt. Das ist jetzt, was ich nachdenken. Wie ist hier? Du hast gerade noch zu schiefen? Was ist da? selber das hat uns so treffen so dass ich kaum schaden schicken na so jetzt aber ich weiß nicht das ist so niedrig dass er noch mal passiert ich sicher am besten von der Seite? Angegenfahren? Anfahren, genau. NEIN! Ja, jetzt muss ich die Verwürden. Wow! Nee! Wow! Oh, geht wieder ohne. Oh, ich bin jetzt schon da. Oh nein! 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 Wow! Oh! 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 Oh, nein! Oh! Jetzt bringt euch mal selber um. Ich mach die doch immer so gerne. Kann ich dir wahr sein, dass ich jetzt da für mich die Schwierigkeitsgab herunterschieben muss. Oh, come on! Okay, ich stühle erst mal die Karre. I used to hide my ways before. But you made me go to war time. Hills, but I will make you feel. So, das. Backstarts. Updates. Panzerung. Das Ding. Das Ding. Ja. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Wenn es am Windeln geht, dann stelle ich einfach die KI runter. Oha, sieht das aber cool aus so. Oha, ist der langsam geworden. Oha, hält jetzt viel aus. Alter, ist gut. Ja, fuck you jetzt. So, ich fühle mich nicht aus so. Könnt ihr jetzt auch nicht permanent zu gehen? So. Au. Da ist den Spoiler dran. Oh, okay. Puh. Kann sein, dass das geplant ist, dass man das so fahren soll. Da kommt mir irgendwie so vor. Puh. Junge. Nein. Okay, ich hoffe, ich habe es einfach mit Resetten und so. Hauptsache, ich kriege es jetzt hin. Das kann nicht wahr sein. Komm, fahr jetzt gerade aus. Dann wieder Wäldchen. Das kann doch nicht wahr sein. Genau, da lang. Nein. Boah. Vorwärts. Ernsthaft? Komm jetzt her. Der lebt immer noch. Nein, 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 nein. Okay, jetzt. Ich bin jetzt noch zehn. Wie viele ihm denn da noch hat? Okay, der hat sich das alles umgebracht. Nur noch einer hat vier Leben. Der hier. Okay, gut. Oh, der ist in dem her. Oh, der hat seine vor mir. Oh, der ist ein Victory. Vorwärts. Letzene Pain. Unsere Kyung. Was ist das? Da greift er noch so viel Leben. Was macht er da? Okay, dann brauchen wir dem dann noch ne Folge. Für den Rest. Wo ist denn das hier jetzt auf einmal so schwer? So groß die nix. Musst du es gerade nur noch auf den Typen gehen? Du dumme Sau. Guck nochmal. Ich heil dich jetzt auch mal zurück. Guck jetzt einfach wer viel Leben hat. Ich habe einen Hosen. Ich habe einen Hosen. Da ist der 2. Hi. Oh nein. Wow. Ja. Boom. Oh. 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 Habe ich dem gerade welche mitgegeben? Oh. 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 Kommt her. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Oh nein. Ich habe jetzt schon beide Ziele. Oh. Ich bin noch fast voll Leben. Ja. Halt eben. Ich nicht so viel mit dem Modell. Aber wenn ich rück jetzt gerade mache ich hier auch nix. Oh nein. Oh nein. Oh nein. schicke ich gar nicht dann lenkt er noch mal und ein ich hab den schaden gemacht dieses war nicht wo der hat noch viel leben okay der eigentlich nicht egal das ist immer eine das ist klar also auf den gehen da ist ja noch einer ok da war einer ja Nice. Bumm. Raus. Ist der da? Er hat noch vier. Oh. Oh. Natürlich kommt genau dann einer. Jetzt hat er nicht mehr so viel. Was hat der Zug da überhaupt? Joa. Antäuschung. Nehme ich auch. Komm jetzt her. Der. Kann er dem gegen den. Ja. Als wenn der noch lebt. Komm jetzt her. So. Nur noch der. Ja. Wer hat gewonnen? Ja. Oha. Ein bisschen genauer. Aber geschafft. Der war halt jetzt voll überlänge. Ach du scheiße. Oh wei. Okay. Weil das jetzt auf einmal so schwer. Ja. Egal. Geschafft. Heißt beim nächsten Mal. Die drei Sachen. Die drei. Okay. Okay. Dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Okay. 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 Vielen Dank.